hi mein name ist dominik braun und in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bessere texte gestalten könnt es geht also hierbei um das optische es geht nicht darum dass ihr eure rechtschreibung die grammatik beherrscht oder inhaltlich schöne texte schreibt sondern es geht mir hier wirklich um die gestaltung um das optische und dafür werde ich euch in diesem video drei tricks verraten zum beispiel der text hier der sieht ja auch absolut unschön aus und ihr werdet jetzt erfahren wie ihr texte schöner gestalten könnt kurz vorweg diese ganzen tipps die ich euch jetzt verrate diese drei tipps die stammen aus einem pdf dokument das nennt sich bessere texte gestalten das sieht so aus hat insgesamt 20 seiten und wie gesagt 16 tipps enthält das hat einen wert von 3,99€ ihr könnt das als ebook bei amazon zum beispiel bestellen oder ihr bekommt das auch kostenlos wenn ihr meinen newsletter abonniert also dazu geht ihr einfach auf kostenlose downloads und klickt dann hier das dokument an bessere texte gestalten und wenn ihr auf der seite seid dann habt ihr ganz unten dieses anmeldefeld wo ihr eure e mail adresse eingebt kreuzt auf jeden fall texten und marketing an die anderen vielleicht auch und dann bekommt ihr eine bestätigungs e mail wo ihr einen link anklicken müsst und wenn ihr den angeklickt habt ist das bestätigt dass ihr in newsletter seid und dann bekommt ihr automatisch per e mail dieses dokument hier zugesendet ich werde euch auf jeden fall diesen link hier unten im video verlinken und jetzt würde ich sagen legen wir mal los schauen uns mal diesen text hier an also der erste tipp den ich euch mit auf den weg geben möchte ist weißraum arbeitet mit weißraum weißraum das ist einfach freier platz den ihr am rand oben unten rechts links last damit das ganze ein bisschen ich sag mal luftiger aussieht und das wirkt auch sofort eleganter denn dieser text den wir hier sehen der wirkt total überladen der füllt den kompletten platz aus den das blatt bietet und das ist natürlich nicht so schön also wie gesagt es wird sehr überladen und einfach sehr unästhetisch wir werden jetzt mal folgendes machen ich werde euch das demonstrieren was wie man das zum positiven verändern kann also wir werden jetzt einfach mal die schriftgröße von 14 auf 10 verkleinern und die ränder aber vergrößern dann haben wir jetzt gleich den selben text die selbe textmenge in einer kleineren schrift aber mit größeren rändern also es ist nach wie vor passt es auf ein blatt aber es sieht einfach sehr sehr viel ästhetischer aus so und bei jetzt muss ich definition von seitenrändern gibt es auch gewisse verhältnisse proportionen die sich bewährt haben die besonders ästhetisch aussehen also zum beispiel vielleicht habt ihr ja schon mal was vom goldenen schnitt gehört das ist zum beispiel ein verhältnis von 1 zu 1,6 in etwa bei seitenrändern ist ein mögliches proportions verhältnis das sich bewährt hat 3 zu 3 zu 3 zu 5 also diese verhältnisse beziehen sich immer auf innenrand zu oben zu außenrand zu unten also zum beispiel wäre jetzt drei oben drei links drei rechts und fünf unten wäre jetzt zum beispiel ein verhältnis von 3 zu 3 zu 3 zu 5 wenn wir jetzt die zahlen erhöhen benötigt das natürlich ein bisschen mathematik dreisatz rechnung ist es ehrlich gesagt aber da könnt ihr natürlich auch den taschenrechner benutzen also zum beispiel wenn wir wenn wir jetzt den rand unten auf sechs zentimeter erhöhen wollen dann müssen wir die anderen von 3 auf 3,6 erhöhen und das machen wir mal und dann sieht das ganze so aus und jetzt möchte ich euch mal zum vergleich zeigen das müsste der hier sein genau da dass ihr noch mal diesen a b vergleich praktisch habt warum unterstreicht er mir das jetzt das wollte ich eigentlich ausstellen dokument prüfung das machen wir mal aus damit wenn ich diese unterstreichungen haben so und jetzt noch mal zum vergleich vorher und die variante nachher ein bisschen raus zoomen sieht einfach sehr viel eleganter aus so das bringt mich direkt zu tipp nummer zwei und tipp nummer zwei das jetzt muss ich selbst überlegen mit welchem dokument ich hier weitermache ich mache einfach mal mit dem hier weiter bringt mich direkt zum tipp zwei und zwar sind das ist das die zeilenlänge es gibt eine ein relativ klar definierten bereich zahlenbereich sage ich mal wo man sagen kann von da bis da hat man eine super lesbarkeit gewährleistet und zwar sind das 50 bis 70 zeilen entschuldigung zeichen pro zeile 50 bis 70 zeilen pro zeile und hier rechnen wir leerzeichen mit ein ich würde gerne die schrift hier erstmal auch wirklich extrem klein machen damit wir das besser vorführen können weil hier haben jetzt zum beispiel mal eine extrem lange zeile was hier passiert kurz vorweg falls jetzt den text lest und merkt dass der keinen sinn macht das ist ein sogenannter platzhalter text also ein lorem ipsum text den habe ich mit einem tool erstellt falls ihr mehr darüber erfahren möchtet wie das funktioniert da habe ich auch ein extra video drüber gemacht was ich jetzt oben im idealfall mit einer infokarte verlinken werde da könnt ihr euch das in ruhe noch mal anschauen also ich habe jetzt diesen platzhalter text aber nichts desto trotz wenn es jetzt ein realer text wäre markieren jetzt hier mal die komplette erste zeile und bekommen jetzt unten angezeigt wörter 20 von insgesamt 413 wenn wir jetzt hier draufklicken dann zeigt er uns an zeichen mit leerzeilen mit mit leerzeichen 131 also viel zu viel das heißt die zeile ist viel zu lang und was in der regel passiert wenn man so viel zu lange zeilen hat ist dass wenn man es liest und am ende ankommt dass man beim lesen verrutscht in der zeile also man ließ die erste zeile und kommt dann vielleicht in der dritten raus oder ließ dann nochmal die erste deshalb ist es schlecht wenn man zu lange zeilen hat wir werden jetzt mal die seitenränder auch wieder anpassen seiten layout seitenränder und zwar jetzt nur rechts und links im grunde genommen reicht das ja eigentlich wenn wir eine seite kleiner machen beziehungsweise größer machen das einfach mal eine 5 hin so schauen wir jetzt mal wie viel wir haben 15 wörter 99 zeichen ist immer noch zu viel das heißt ihr müsst dann auch immer logischerweise so ein bisschen rumspielen mit den seitenrändern und gucken natürlich könntet ihr alternativ auch die schrift vergrößern ist einfach so lange machen bis ihr ging es mal auf 10 so lange machen bis ihr zwischen 50 und 70 zeilen inklusive leerzeilen pro zeile habt so in dem fall zeichen ich glaube ich zeichen mit leerzeilen so also 66 haben wir jetzt das ist perfekt wir sind genau drinnen das heißt das wäre von der zeilenlänge eine optimale lesbarkeit natürlich sieht das jetzt bisschen blöd aus weil wir rechts ganz viel rand haben und links ganz wenig das heißt wir müssten im idealfall jetzt schauen dass wir den rand so anpassen dass wir dass es ausgewogen ist also statt 1 und 10 können wir sagen 5,5 und 5,5 und genau das müsste mir theoretisch auch oben den rand noch irgendwie anpassen und so weiter und so fort aber es geht mir jetzt hier bei diesem beispiel um die zeilenlänge und die wäre jetzt in dem beispiel perfekt so jetzt möchte ich euch noch demonstrieren wie eine zu kleine zeile aussehen würde dazu kopiere ich mir markiere ich mir einfach mal den kompletten text und erhöhe die schriftgröße auf ja sagen wir mal ganz extrem auf 14 so wenn wir jetzt prüfen würden dann hätten wir das sieht sehr wenig aus 39 zeichen pro zeile und das ist zu wenig was in dem fall jetzt passiert ist also bei langen zeilen haben wir gesagt dass man in der zeile verrutscht bei zu kurzen zeilen haben wir das problem dass wir bevor wir überhaupt kognitiv den inhalt als leser verarbeiten können müssen wir schon wieder in der zeile springen das heißt es ist wahnsinnig schwierig für den leser inhaltlich im gehirn das ganze zu verarbeiten was er hier liest wenn die zeilen einfach zu kurz sind so genau die dritte möglichkeit die ich euch jetzt noch vorstellen möchte um einen text aufzuwerten und dafür werde ich jetzt wieder auf den hier zurückgreifen ist dass ihr sozusagen leseinseln schafft also in dem fall jetzt muss ich mal schauen ja genau wir haben einfach einen riesen block an text und das ist natürlich nicht unbedingt gut lesbar man könnte jetzt jetzt will ich mal schauen indem ich diese einblende genau man könnte jetzt einerseits künstliche absätze einfügen zum beispiel um blöcke zu haben text blöcke das ist wieder ausblende also dann seht ihr dass das wir auf diesem wege jetzt blöcke erzeugt haben das kann man natürlich auch noch anders machen indem man jetzt muss ich selbst mal schauen jetzt stehe ich ganz kurz auf dem schlauch so genau also ich habe die stelle jetzt gefunden und zwar ihr könnt abstand vor und abstand nach könnt ihr ändern das heißt wenn ihr jetzt nicht künstlich so wie ich das gemacht habe diese leer zeilen einfügt dann könnt ihr wenn ihr den gesamten text markiert habt zum beispiel abstand nach jedem textblock irgendwie auf zwölf punkt stellen und dann erzeugt ihr euch hier auch diese bisschen mehr abstand ohne dass ihr künstliche eine leer zeile einfügen müsst das ist eine möglichkeit um diese sogenannten leseinseln zu schaffen die auf jeden fall für mehr lesefreundlichkeit sorgen eine andere weitere möglichkeit die vor allem im internet und bei blog posts relevant ist sind ihr werdet es jetzt sehen zwischenüberschriften denn zwischenüberschriften sind einerseits gut für die suchmaschinen und andererseits aber auch wunderbar für den leser dass er den inhalt des textes schon mal überfliegen kann die struktur einschätzen kann und genau weiß wo in etwa ihnen was erwartet und auch insgesamt den inhalt besser abschätzen kann dass er weiß worum es in dem text geht ob es für ihn überhaupt interessant ist also absätze schaffen und zwischenüberschriften einfügen bei büchern ist das natürlich so eine sache da müsst ihr wahrscheinlich nicht so nicht so viele zwischenüberschriften einfügen hängt einfach vom kontext logischerweise ab also wenn jetzt so einen super langen roman habt dann müsst ihr nicht auf jeder seite irgendwie eine neue zwischenüberschrift oder sowas einfügen wenn ihr irgendwie ein sachbuch habt was nicht so lang ist dann vielleicht nach allen zwei seiten irgendwie die texte so gliedern dass ihr zwischenüberschriften habt oder so es ist einfach wahnsinnig kontextabhängig aber bei blog posts kann man schon fast sagen nach 300 wörtern oder so zwischenüberschriften einfügen weil im web einfach spezielle leseregeln gelten genau soviel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wie gesagt wenn ihr euch für das thema interessiert dann ladet doch gerne euch dieses kostenlose dokument mit den gesamten 16 tipps für bessere texte herunter wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben da kommentiert das video und abonniert meinen kanal wenn ihr weitere inhalte dieser art sehen mögt ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das video ist dann